Musik Die Liebe Gottes will desgleichen, niemals und nirgends von euch weichen. Musik Dazu die Gemeinschaft im Heiligen Geist, die brauchen wir zu allermeisten. Wenn der Mops mit der Wurst über den Spucknapp springt, wenn der Storch den Frosch in der Luft verschlingt, wenn der Pfarrer die Predigt in Reimen bringt, ja dann ist es bald soweit, dann beginnt die liebe Fastenzeit. Doch vor des Fastens spröder Stränge schlägt jeder noch gerne über die Stränge. Die Fastnacht feiert jeder Mann und jeder Frau, mit dem Fasten nimmt man es nicht mehr so genau. Die Fasten ist auch keine Kistenpflicht, drum drum, die Protestanten es meistens nicht. Wer aber denkt, dass es sich für ihn lohne, der mache mit, weil sieben Wochen ohne. Wenn heute die Narren durch die Straßen treiben, kann auch der Pfarrer Ernst nicht bleiben, sitzt reimend in der heimatlichen Hütte und macht aus der Kanzel eine Glaubensbütte. Denn das weiß man weit und breit, Narren auf der Kanzel sind keine Seltenheit. Auch hier sitzt heute der Schalt im Nacken und tält euch gern die Nase zwack. Lukas will uns heute erbauen, im Predigtext von den zwei Frauen. Jesus wird in deren Mitte stehen und so hören wir in Lukas 10. Jesus liebt das Wandern von einem Dorf zum anderen. Mit seinen Jüngern macht er Rast und ist in manchem Haus zu Gast. Es waren ein, zwei Schwestern, ich weiß es noch wie gestern, welche Maria und Marta hießen, die Jesus in ihr Haus einließen. Maria, Marta war wie sehr aktiv, Maria mehr wie kontemplative. Maria wollte den Herrn, Marta wollte den Herrn mit einem Mal begrüßen, Maria saß gern zu seinen Füßen. Marta lief dann viel hin und her, schleppte Wasserkrüge schwer, sie wirkte fleißig in der Küche und saugt für Essenswohlgerüchte. Sie deckt den Tisch und zeigt viel Geschick. Der Schwester schickt sie manchen schälen Blick. Am Ende ist sie so zauberladen, dass ihr reißt der Geduldsfaden. Sie tritt vor Jesus frei hin. Bin ich allein, Bedienerin? Meine Schwester sitzt hier müßig und ich springe umher, gänzfüßig. Sag du ihr mit Autorität, dass sie mir endlich helfen tägt. Jesus, der eher ein sanfter Mann, bitt Marta milde lächelnd an. Marta, Marta, du hast viel saurige Höhe mit Hausputz, Gästen und der Hühnerbrühe. Und auch wenn du dich so sehr gequält, Maria hat das gute Teil erwähnt. Das soll trotz deiner Beschwerden nicht von mir genommen werden. Moment, denkt Marta. Hör ich recht? Macht Jesus gerade die Tüchtchen schlecht? Und auch wir, die mir das gerade gehört, sind wahrscheinlich schon empört. Unsere Sympathien, das ist doch klar, sind bei Marta ganz und gar. Zur Leistung ist Marta stets bereit. Das passt sehr gut in unsere Zeit. Wer sich müht und wer sich selber quält, der hat die Haltung, die bei uns zählt. Denn noch immer achten wir am höchsten noch das Arbeitstier. Am höchsten wird doch der belohnt, der sich und andere nicht schont. So ist der Einfluss in diesen Tagen, dass auch wir immer nach Leistung fragen. Im Jubeljahr der Reformation sollten wir fragen, was hat der Reformator Calvin uns zu sagen. Er sah in Maria kein Problem. Die machte sich doch wohl gar zu bequem. Martas fleißiges Betragen tat dem Sittensträngen mehr beharren. Harte Arbeit für Mensch und Tier, das ist es protestanten Ziel. Soll der Pfarrer heute die Narren schelten, dass sie für Gott als Faulpilze gelten? Machen sie doch mit ihrer Narren teil, gleich drei Arbeitstage frei. So war Jahrhunderte der Pfarrer Walten, das Volk in der Predigt zur Arbeit anzuhalten. Wer nur den wiegen langen Tag ohne Mühe, ohne Plan, ohne Arbeit vertändelt, wer das mag, der gehört nicht zu uns. So das Kinderlied, das auch der Kleinste schon den Müßiggang vermied. Und unsere Arbeitsministerin nachher ist, die redet, wie der Sache tachet ist. Begehungsloses Einkommen in jede Bürgerhand scheitert an ihrem energischen Widerstand. Doch Marta, hört das genau, ihr Frommene, hat sich in ihrem Schaffen gewaltig übernommen. Sie ging mit ihrer Leidenschaft weit über ihre Arbeitskraft. Im Kopf, da hatte sie große Pläne, beim Rubeln flogen viele Späne. Sie wollte auf Christus Eindruck machen mit lauter tollen, leckeren Sachen. Am Ende ist sie knapp an Kraft und Zeit. Da sieht sie die Gelegenheit, doch ihre Schwester für ihre Ideen mitzunutzen. Maria kann doch auch noch kochen und noch putzen. Doch hier gilt Christin milde Strenge. Kommt einer mit seiner Arbeit ins Gedränge, dann greift er nicht auf den anderen zu und näht dem seine verdiente Ruh. Marta, die ältere von beiden, hat über Maria nicht zu entscheiden. Denn das, was Marta so sehr quält, hat Maria ja nicht selbst gewählt. So will einer ein Projekt durchführen, muss er seine Arbeitskraft kalkulieren. Denn wer mehr will, als er kann, ist mit Überforderung schlecht dran. Beim Out ist eine Erfolgskrankheit, denn der Leistungsdruck treibt uns zu weit. Und dieses Christus zum Zaun reizt, wenn der einzelne Mensch wird verheizt. Und wer um Anerkennung willen zu viel tut, wer den Erfolg will mit Schweiß und mit Blut, den darf ich offen sagen, der darf nicht mehr auf Christus hoffen. Zeitdruck, Stress und Leistungszwang macht manchen Menschen bann. Drum singe ich bei der Gelegenheit auch mal ein Woblied auf die Langsamkeit. Drum ist der kräft Christenmensch so frei zu lernen, was sein eigenes Arbeitstempo sei. Wichtig ist es, der Arbeit stetig nachzugehen. Dann werden wir am Ende Erfolge sehen. Denn das weiß inzwischen groß und klein. Gottes Mühlen malen langsam, aber sie malen fein. Das anzumerken ist auch wichtig. Maria macht die Sache richtig. Sie ist nicht nur die Kirchentreue und dabei die Arbeitsscheue. Der sieht die Sache gar zu grob, sieht er hier der Faulheit Lob. Maria tritt ein für ein Recht im Leben. Es muss wegen der Arbeit auch noch was anderes gehen. Maria in Bescheidenheit nimmt sich für das religiöse Zeit. Sie weiß, wie sie bestehen im Leben, muss sie den inneren Menschen auch Nahrung geben. Und sie hat es recht schnell kapiert, ein bisschen Bildung den ganzen Menschen ziert. Und sie lässt sich nicht in der Küche schieben. Auch Frauen dürfen Bildung lieben. Heute leben wir, das ist ein Glück, in einer Frau, die wir in der Republik. Statt Trump doch lieber Merkel, der ist als Präsident ein Ferkel. Im Jahr der Reformation können wir nicht verhehlen, der Schwesterkirche es doch zu empfehlen. Ihr könnt euren Zustand reformieren, ließet ihr eine Frau in Rom regieren. Ihr lasst Maria gern im Himmel walten, doch Männer sollen die Kirche gestalten. Sie können sie tragen des Amtes Würde, wenn eine Petrauma hext in Würde. Und das bringt uns Männer schon ins Schwitzen, wenn die Frauen auf unseren Stühlen sitzen. Doch lernt Maria von dem Kind, Frauen dürfen auch da sein, wo die Männer sind. Dem Menschen, das Loblich in den Ohren klingt, der Maria und Martha in die Balance bringt. Wer tätig wirkt und rechtlos erhält, der kann bestehen in der Welt. Man lasse sich die Zeit verglauben, nicht durch die Arbeit über Maße rauben. Die Tätigen finden gottesreichen Segen, wenn sie auch genug der Ruhe pflegen. So heißt es im modernen Streben, suche deine Balance zwischen Arbeit und Leben. Darum würde ich es doch sehr begrüßen, setzt ihr euch ab und an zu Christen Füßen. Das Leben gewinnt dann Qualität, wenn auch das Geistige darin zählt. Gottes Fried, so viel höher und breiter als unsere Vernunft, bewahrt uns weiter. Die Herzen, die Sinne und auch die Gedanken. Das soll nun gelten, ohne alles wanken, an diesen Tage, in dieser Woche und alle Zeiten, die folgen noch. Das sei bekräftigt in Jesu Namen, mit einem herzlich und kräftigen Amen.